Bei uns heute im Studio ist Thomas Minder, der oberste Schulleiter des Kantons Thurgau. Er war von Anfang an für das Frühfranzösisch. Er ist im Gespräch mit Matthias Fröhlich nach den News. Eine klare Sache hingegen ist es bei der CVP der Stadt St. Gallen. Sie nominiert, wie erwartet, Boris Tschirki als Stadtratskandidat. Der Gemeindepräsident von Geisserwald soll den CVP-Sitz im Stadtrats verteidigen. Die Gefühlslage ist natürlich voll motiviert. So wie in I.B. vom Naturell her, positiv eingestellt. Der Kampf ist lustig, insofern auch, weil das ist ein Wahlkampf, den man zu bestreiten hat. Man hat politische Gegner, die man miteinander Meinungen austauscht und ausfechtet. Letztendlich hofft man, dass die eigenen Meinungen, die man dann selber vertreten, überzeugen. Und das Wahlvolk, das Stimmvolk, dann vor allem die entsprechenden Namen in Tunnel legt. Gegenspieler von Boris Tschirki wird höchstwahrscheinlich Jörg Brunner von der SVP. Er ist zwar noch nicht nominiert, aber immerhin offiziell vorgeschlagen. Große Chancen gegen den bekannten CVP-Politiker Boris Tschirki dürfte er aber nicht haben. Wenn die Linkseite noch mit einer Frau kommt, wie Boris Tschirki so jetzt zahlen sind, auch wie die Zusammensetzungen der ganzen Stadt St. Gallen sind, von den Wählern, von den Wählerinnen, bin ich überzeugt, dass Boris Tschirki im ersten Wahlgang am 24. September gewählt wird. Die CVP und SVP bleiben im Kampf um den Sitz von Mino Cozio aber nicht allein. Die Grünen geben knapp vor einer Stunde bekannt, dass sie ebenfalls jemanden ins Rennen schicken. Wer, sagen sie aber noch nicht. Das soll in den nächsten Tagen auskommen.